Marie! 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 Vier Sachen, wie du siehst. Ein Stammtisch und ein Saunabsuch, dazu ein Rendezvous, dann allerlei ein halbes Buch und jetzt zwölf Strophen. Ich hab einen Zinnerkammer und der macht noch nichts lang! Und dann hab ich so den Jungs und schnell er kann, der verlor nicht für den Weltkampf. Jetzt war ich wieder in der Geschmack, die vollen Gas dürfen in den Wald, Mit dem Pulder sind wir g'fahren ganz und quer daher die Stadt. Überall bis 30 die Schikane haben wir satt. Und fahren wir nur voll im Pulle doch mit aller Kraft. Und wir bin gut mit Rücken mit nur 24 geschafft. Und wir bin gut mit Rücken mit nur 24 geschafft. Auch in Donau fahrt man Schritt im Boden, schlägt auf manchem Schild. Alle schlägt umeinander, keiner fahrt wie wild. Pauli hat es extra gemacht und es ist auch wirklich wahr. Im Schneckentempo kommt dann doch die Stadt viel größer vor. Im Schneckentempo kommt dann doch die Stadt viel größer vor. Es war jeder anderen Wohle Maid die Koffe tief im Wald. Mit langer Haar und kurzer Mädchen und sie war nicht alt. Im Näher Kummel schiessen dann mit allergrößtem Puck. Es war ja gar kein Meid wie es war ein Maid im Schutte Ruck. Es war ja gar kein Meid wie es war ein Maid im Schutte Ruck. und als Ja! Liebe Gäste vom Kaffeehengster! Seid ihr gut drauf?! Ja! War schon jemand da?! Pro Hunter! Also, wie seid ihr aus Eschingen? NARO! NARO! So sage ich ja eigentlich nicht NARIE! 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 NANIE! talk church savez! Hahnluissen0! Wir haben ja zu eurem Landkreis gehört Vom Z Silver zu den blöden Zuchleller Wenn man Feierabend hätte, macht man sich schön und doch開at sich Einw middle auf ruhig Na ja! Unser blöden Musikkunden hierher voir hasta Also, Feierabend mit der Alleschönsige! Applaus So, Feierabend mit der Alleschönsige! 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 Alle bitte einstehen. 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 Alle bitte einstehen.